Man kann eigentlich auf den Punkt gebracht sagen, wenn du als Makler startest oder generell als Makler aktiv bist, kämpfst du immer gegen zwei Dinge. Erstens gegen das Image der Makler, zweitens gegen den bekannteren Makler, egal wer das ist, der mehr Marketing macht. Und gegen die arbeitest du. Dafür gibt es nur die folgende Lösung. Der erste Punkt ist, du musst. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von unserem Podcast Immolution. Heute schauen wir uns mal ein Thema an und zwar, was ich sehr, sehr oft und immer wieder höre, warum, oder was heißt warum, das ist zwar nicht das Wording, aber ich formuliere es jetzt einfach mal so, warum werde ich mit anderen Maklern immer in einen Topf geschmissen? Spannend. Also so nach dem Motto, ich weiß zwar selber, dass ich einen geileren Job mache, dass ich serviceorientierter bin und wie auch immer, aber trotzdem werde ich ja verglichen. So, was machen wir dagegen? Also wichtig ist natürlich immer, dass wir verstehen, was passiert da wirklich. Und das ist halt wieder so typisch. Deutschland ist natürlich in Sachen Immobilienmakler von den Zugangsvoraussetzungen natürlich nicht besonders detailliert. Keine großen Hürden. Ja, im Prinzip gibt es keine Hürden. Und wenn man jetzt mal zum Beispiel Italien oder England oder auch USA nimmt oder Frankreich, das sind halt Länder, wo die Zulassungsvoraussetzungen halt eben deutlich höher sind. Also in dem Moment, wo ich jetzt Makler bin, lasse ich mich natürlich darauf ein. Also das heißt, ich weiß ja letztendlich, wenn ich mir das Image des Maklers anschaue, weiß ich ja, was ich kriege. Also ein sehr schlechtes Image. Das muss mir einfach klar sein. Und du bist ja selber sehr fit im Marketing. Letztendlich ist natürlich da, dass Marketing das, was den Unterschied ausmacht. Letztlich. Ich will vielleicht einen Punkt noch reinwerfen. Jetzt ist es natürlich einmal, dass viele Leute in den Markt reinkommen können, vor allem neue Leute, bla bla bla. Aber was ich oft höre, ist vielleicht auch die Facette, wo gesagt wird, ey, hier sind so die alteingesessenen Makler und die sind halt einfach nur erfolgreicher, weil die halt lange da sind. Aber so wirklich geil machen die das nicht. Und ich mache es eigentlich viel, viel geiler. Aber ich muss immer mit denen konkurrieren, obwohl ich eigentlich das bessere Produkt habe. Genau. Das ist aber, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Warum? Guck mal. Jemand, der lange an einem Ort lebt, dort arbeitet. Was hat der, was die anderen nicht haben? Der hat die Comlines. Der hat die Kommunikationslinien und die Connections, das ist ein besseres Wort. Die Connections zu Entscheidungsträgern, die leben auch vielleicht tatsächlich von dem. Weißt du, so Business, man sagt ja früher so Vitamin B. Und das ist ein ganz entscheidender Vorteil. Und gerade, wenn jemand lange an einem Standort ist, sagen wir mal 30, 40 Jahre, dann ist ja in so einer Zeit jede Menge passiert. Und du weißt, wie das ist. Freundschaften, die haben schon einen gewissen Wert. Und natürlich geschäftliche Verbandelungen und langjährige Beziehungen, die haben einen Wert. Zumal, wenn sie auch aus anderen Generationen kommen, ist es nochmal was anderes. Also das ist ein klarer Vorteil. Und zwar, das ist vollkommen unabhängig. Weil man würde ja, also das ist halt so drin in den Leuten, ja, mein Bruder, meine Tante, mein Onkel ist Banker. So, der kann wirklich nur am Schalter sitzen und da irgendwelche Scheine zählen. Aber der ist Banker. Und deshalb, wenn jetzt, sagen wir mal, irgendein junger Berater da sitzen würde, muss man natürlich den Bankeronkel fragen. Der sitzt nur am Schalter und zählt Geldscheine. Der hat eigentlich, ja, keine Ahnung. Der ist gar nicht wirklich ein toller Banker. Aber das ist halt einfach das Ding. Weil es eine Beziehung zu diesem Menschen gibt. Und deshalb muss man eine ganz klare Sache wieder hier festhalten, ist, du musst an einem Standort, an dem du bist, egal an welchem, musst du die Beziehungen, wer mit wem, in Köln sagt man, klüngelt, wer macht mit wem Business. Und du musst die Konkurrenz kennen. Du musst einfach wissen, wer sind die Konkurrenten, wer sind die direkten Konkurrenten, wo sind die stark, zum Beispiel solche Beziehungen, wo sind die vielleicht weniger stark, wo sind die weniger gut und so weiter. Das musst du einfach wissen. Dann bist du schon mal einen ganzen Schritt weiter. Absolut. Ja. Und das Ding, dass Leistung langfristig immer siegt, da geht auch kein Weg dran vorbei. Das ist so. Aber du brauchst halt einen langen Atem und vor allen Dingen gutes Marketing. Weil wenn du in deinem Marketing nicht so gut bist wie deine Leistung, dann ist deine Leistung nicht das Problem, sondern dein Marketing. Ja. Das ist ein sehr wichtiger, entscheidender Punkt, weil viele lassen sich halt dann schon davon lenken in der Form, dass sie dann gar nicht so richtig aktiv werden, weil sie vielleicht auch Angst davor haben, die Reaktion, investieren an Geld in Marketing funktioniert nicht, weil es ist ja der starke Platz hier da oder wie auch immer man das jetzt sagen will, spielt ja keine Rolle. Und dann fängt es ja schon da an, das beobachten wir ja auch sehr, sehr oft, dass viele Leute darüber nachdenken, ja, wie kann ich denn jetzt mein Marketing aufbauen? Erstens, sie wissen gar nicht so richtig wie, weil sie ja keine Ahnung davon haben. Und wenn sie dann versuchen, trotzdem damit zu starten, dann machen die sich halt darüber Gedanken, okay, wie kann ich jetzt allen irgendwie gefallen? So nach dem Motto. Ohne dabei wirklich zu verstehen, dass, und das ist hier die Lücke in dem ganzen Spiel, dass jeder seinen Markt hat. Egal, egal wie lange schon einer am Markt ist, egal wie groß die Konkurrenz ist, jeder hat einen Markt. Jede Person hat Zugriff auf einen bestimmten Teil des Marktes. Und die Frage, die sich stellt ist, wie mache ich meinen Teil größer? Das ist wichtig. Warum? Weil es gibt auch viele Leute, die eben nicht zu diesem Platzhirsch gehen würden, weil sie Abneigungen gegen den haben, aus welchen Gründen auch immer. So, etc. pp. Und davon gibt es viele, viele mehr Gründe. Wenn ich aber jetzt ja nie aktiv werde, wie soll ich an die Leute rankommen? Okay, aber jetzt hier ist ein Punkt noch ganz wichtig. Ja, auf jeden Fall. Ein Punkt ist noch ganz wichtig. Wenn ich also selber von meiner Leistung total überzeugt bin und mich aber darüber wundere, dass sie zum Platzhirschchen gehen, zum Beispiel, und der nicht so eine gute Leistung bringt, dann steht aber eine Sache ja fest, dass sie Leute nicht beim Besten kaufen, sondern beim Bekanntesten. Also Bekanntheitsgrad setzt Expertenstatus voraus. Es gibt ja auch so einen Spruch, man verliert einen Auftrag nie an ein besseres Produkt, sondern immer an einen besseren Verkäufer. Genau. Das könnte man wirklich so sagen. Und wenn einer eben, sagen wir mal, besser auf dem Markt schreien kann oder lauter schreien oder die cooleren Sprüche hat, dann ist das eher eine Sache, wo ich sage, da sollte ich mal hinschauen oder sollte ich auch darüber nachdenken. Das tun wir ja auch. Wir gucken ja auch hin. Was macht der Wettbewerb? Wie arbeiten die? Und so weiter und so fort. Also muss ich hinschauen. Und da sind wir wieder bei dem Platzhirschchen, der eben über 30 Jahre seine Bekanntheit gepflegt hat. Und wenn du einmal in den Köpfen der Leute drin bist, dann ist die Sache, das rauszuprügeln aus den Leuten, also rauszukriegen, ist halt deutlich schwerer, beziehungsweise deutlich schwerer, als mit Leistung schnell bekannt zu werden. Weil das braucht halt einfach auch Zeit. Also das ist ein Ding. Und der Platzhirsch, der hat es einfach geschafft, durch seine jahrelange Arbeit und Präsenz vor allen Dingen sichtbar zu sein. Und früher gab es ja kein Meta, kein Instagram, kein TikTok. Da ist man einfach über die Straße gegangen. Hallo, 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 hallo. Mal Käffchen getrunken hier, Käffchen getrunken da, abends schön in der Kneipe gewesen und so weiter. Und auf einmal bist du everybody's darling. Und die andere Seite sagt natürlich, das ist ein Halsabschneider, das ist ein Immobilienhai, der hat ja die ganzen Grundstücke aufgekauft und so weiter. Aber egal, den kennt man. Und da das immer jahrelang der Einzige war und sich gar keiner getraut hat, dem an ins Bein zu pinkeln, ist der natürlich State of the Art. Und dann kommen irgendwann mal so nach und nach die Leute rein und da die viele Makler ja auch Nomaden sind, also so übers Land ziehen und sich nicht entscheiden, an einem speziellen, fixen Standort zu sein und überall versuchen zu verkaufen, hat man diesem Platzhirsch auch nicht wirklich die Butter vom Brot nehmen können. That's it. Also heißt ergo, erstens, du musst wissen, was denken die Kunden über dich. Wenn du eine coole Leistung bringst, dann finde heraus, was finden die Leute an deiner Leistung so cool. Was finden die Leute an dir cool und gut? Wofür stehst du? Und dann fang an, das auch nach draußen zu kommunizieren, dass es wirklich in jedem Winkel auch tatsächlich ankommt, mit den Möglichkeiten, Tools, die zur Verfügung stehen, das eben zu machen. Und hier können wir nur einen Rat geben, sieh zu, dass du dich nicht nur auf Empfehlungen verlässt, das ist ja eigentlich eine gebetsmühlenartige Botschaft, die wir immer wieder nur wiederholen können, sondern fang jetzt an, echt Geld in die Hand zu nehmen und Bekanntheit zu schaffen in Form von Marketing. Und dann wirst du einfach feststellen, wenn das jetzt kombiniert wird, Top-Leistung, Top-Typ, Top-Team plus Bekanntheit, dann kommst du auf die Winner-Street. Genau, plus noch die Leistung noch besser zu kommunizieren. Also sie nicht nur zu erbringen, sondern auch da gibt es ja Wege, die wir ja auch haben, wie du sagst, okay, wenn ich die beste Leistung habe, wie kann ich das denn jetzt auch kommunizieren, wie kann ich den Leuten das noch stärker und flächendeckender signalisieren, dass ich auch eben dann gutes Marketing mache und aber eben auch noch zusätzlich die beste Leistung habe. Absolut, du kannst das auch ganz einfach herausfinden. Du brauchst einfach, wenn du selber Makler bist und du schickst jemanden, was weiß ich, irgendwie zwei, drei Leute durch die Stadt und machst eine Befragung. Du sagst, welchen Immobilienmakler kennen sie hier aus dem Ort? Und wenn dein Name nicht genannt wird und das über 100 oder 200 Leute, dann hast du ein Problem. Ja, oder zumindestens, dann weißt du, was dein Problem ist. Und wenn dann immer wieder der Platzhirsch kommt, ja, der und der, ja, der und der. So, und jetzt kannst du sogar noch eine zweite Frage stellen. Wie würden sie denn die Leistung von diesem Makler einschätzen? Würden sie den als guten Makler oder als weniger guten Makler einschätzen? Dann weißt du auch, finden die den gut oder finden die den nicht gut? Aber sie kennen ihn. So, wo würden sie denn hingehen, wenn sie jetzt eine Immobilie verkaufen würden? Ja, würde ich entweder selber verkaufen oder ich würde zu dem Makler gehen, weil den kenne ich. Zum Beispiel. So, und wenn du nachher, und so kannst du übrigens auch herausfinden, wie sichtbar bist du wirklich. Und klar, wenn du natürlich jetzt im Standort wohnst mit 100.000, wird es ein bisschen schwieriger, das rauszufinden. Bis dann im Standort mit 250.000 oder 500.000 wird es noch schwieriger oder aufwendiger. Und wenn in einer kleineren Stadt von vielleicht 20.000, 25.000 ist es relativ leicht, da musst du halt einfach mal 100 Leute befragen und dann kannst du eigentlich davon ausgehen, hast du einen guten Querschnitt. Selbst wenn du 500 befragst, das Ergebnis, das behaupte ich, ist ja natürlich auch nur eine Behauptung von mir, aber es wird das Gleiche sein. Ja, das ist ja auch eine Sache, die macht ja keiner. Das macht ja niemand. Also viele versuchen ja immer so auf Basis von Vermutungen und Thesen irgendwie zu agieren. Es ist auch so eine Sache, die wir ja wirklich jedem extrem ans Herz legen können, ist, alles was ihr tut, sollte immer auf Basis von wirklichen Daten und Fakten gemacht werden. Also zu vermuten, wilde Thesen aufzustellen, ist okay, Thesen aufzustellen, aber sie dann auch zu, wie soll ich sagen, zu verifizieren, ob es stimmt und auf Basis dessen zu agieren. Das ist so ein wichtiger Punkt. Absolut. Nicht jetzt nur im Marketing, sondern allgemein, wenn du dein Business irgendwie vorantreiben willst, in welche Richtung auch immer, mach es nie auf Basis von Vermutungen, wird komplett nach hinten losgehen. Absolut. Man kann eigentlich auf den Punkt gebracht sagen, wenn du als Makler startest oder generell als Makler aktiv bist, kämpfst du immer gegen zwei Dinge. Erstens gegen das Image der Makler. Also Image bedeutet ja Vorurteile, Einstellungen, Gedanken, Glaubenssätze, Bezug auf Makler. Das ist eine Sache, da arbeitet man gegen an. Zweitens gegen den bekannteren Makler, egal wer das ist. Also der, der bekannter ist, der mehr Marketing macht, der ein bisschen vielleicht, ich würde nicht sagen, der muss nicht besser sein, aber der ist halt in dieser Richtung vielleicht ein bisschen smarter. Und gegen die arbeitest du. Und dafür gibt es nur die folgende Lösung. Der erste Punkt ist, du musst in der Leistung dessen, was du tust, einfach besser sein. Das ist die Grundbasis. Dein Produkt, deine Dienstleistung ist immer die Grundlage für alles. Und da musst du unantastbar und unangreifbar sein. Und du musst natürlich für was stehen, dass du jetzt nicht so ein Abklatsch von irgendwas bist. Das ist die wichtigste Grundlage. Und wie du es gerade top gesagt hast, du musst das, was da an Ergebnissen rauskommt, was da passiert, das musst du 1a tippitoppi kommunizieren nach draußen, professional darstellen und vor allen Dingen Marketing mit Wow-Faktor machen. Nicht mit irgendwelchen verhunzten Flyern oder sowas. Mit richtig edlem, coolem Zeug, was auch draußen eine Wirkung erzeugt. Perfekt, weil das ist auch nämlich super wichtig. Am Ende geht es ja nicht darum, dass du genauso viel Geld in die Hand nehmen musst, wie dann deine Konkurrenz. Weil vielleicht hast du es an dem Punkt noch gar nicht, diese Möglichkeit. Aber man kann ja auch die Marketingkosten, sage ich mal, im Vergleich zu der Konkurrenz runterfahren, aber trotzdem bessere Ergebnisse haben, indem man halt auf das Wie achtet. Also wie mache ich das, was steht da drauf und so weiter und so fort. Genau, also man kann ja schon jede Menge machen, aber die Grundfrage war ja, Thema Image und Bekanntheit am Standort. Und das sind die Lösungen, wo natürlich ein bisschen mehr dahinter steht jetzt als nur das. Und jeder hat ja die Wahl, jeder da draußen hat ja die Wahl, auch, ich sage mal, sich mit uns mal zu unterhalten. Wenn einem das gefällt, was wir hier tun, was wir hier sagen, auch Klartext zu sprechen. Wir haben halt einfach das System und wir haben diese Dinge erforscht, wir haben sie herausgefunden, wir wissen, wie man es macht. Und wenn man selber vielleicht so, ich will nicht sagen gradlos, aber einfach sagt, ich bin bereit, Hilfe anzunehmen. Ist es ja ganz einfach, hier unter dem Video ist ein Link, den muss man klicken. Und kann man klicken, muss man nicht, aber es macht eigentlich Sinn, das mal zu tun. Weil im Endeffekt sagen alle Kunden, die ins Coaching gekommen sind, scheiße, warum habe ich es nicht früher gemacht. Also insofern wäre das schlau. Ja, in dem Sinne. Ciao, ciao.